Hallo und Willkommen zur 15.Folge Faresfund hier auf meinem Kanal Ja, wir werden angegriffen Und ich würde sagen, das ist auch eine gute Sache Die kommen von hier oben Wo wir quasi unsere ersten Verteidigungstürme gebaut haben Kampfgebiet markieren Und dann würde ich sagen Unsere Soldaten sollen rauskommen Und wir legen dann direkt los Wir lassen die aber So, kommt mal bitte rein Ja, die zerstören hier wieder Die zerstören hier wieder fleißig unsere Zäune Ne, die zerstören ja sogar Okay So, dann geht's los Ach man Ja, ab zum Stadtzentrum Muss man die Türen hier extra zu machen Ne Hm So, schnell ab zum Äh, zur Schatzkammer Wir gucken jetzt mal kurz Was der zweite Händler hier für uns hat Ob wir dem irgendwas verkaufen können Nein, können wir nicht So Dann Einmal hier Gut Gut, perfekt Wir hauen sie ab Sehr schön Oder nicht sehr schön Aber auf jeden Fall Scheint es ja Relativ gut zu funktionieren Oh, hier sind mal welche Der Jäger Schießt zurück Sehr gut Sehr gut So Gut Und zur Kaserne zurück Haben wir Verluste Nein, haben wir nicht So, was ist hier Wohnraum knapp Oh 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 Das habe ich ja noch gar nicht gesehen So Das hatte ich ja noch gar nicht gesehen So Hier müssen wir jetzt mal gucken Dass wir die Mauer nochmal ein bisschen verschieben Das habe ich ja auch gerade gesehen Dass die nicht so ist Wie wir sie haben wollen Das heißt Hier muss der Weg noch lang So So Dann Hier die Mauer Nein, nichts Zwei mal nebeneinander Das ist so Dorf wurde geplündert Oh, die haben einiges mitgenommen Scheiße, 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 scheiße Naja gut Ja, es wird Zeit Dass wir die Mauer hier im Falter bauen Vor allem auch Dass hier In den ganzen Geschichten Nichts wertvolles Drinnen ist So Das müssen wir auf jeden Fall ändern So Das ist alles raus Das haben wir gemacht So Ist hier noch irgendwie was? Ne Wo habe ich denn jetzt Hatte ich hier nicht noch irgendwo Ja, eine Weberei gebaut So Dann müssen wir mal gucken Ich würde dann Hier drüben Auch ein neues Lager aufbauen Genau Hier ist Fruchtbarkeit Ist hier auch relativ hoch Ich würde hier noch mal Ein Lagerkomplex bauen Ähm Und dann würde ich hier auch Früchte quasi bauen Also Felder Meine ich Mit Früchten Als erstes Müssen wir hier mal Erstmal wieder alles aufbauen So Der Wagen Äh Genau Geht zum Wagen Oh Was ist denn hier passiert? Deswegen haben wir keinen Wohnraum mehr gehabt Weil die hier hinten In unserer halbe Stadt Niedergebrannt haben Das habe ich gar nicht mitgekriegt Das habe ich gar nicht mitbekommen So Dann müssen wir das hier Auf jeden Fall wieder So Hier drüben Machen wir ja eigentlich Auch nichts mehr hin Deswegen kann ich hier Würde ich hier auch Direkt Mit der Mauer weitermachen Mit der Mauer weitermachen Mit welcher so langsam Unsere Stadt immer mehr befestigen Das ist ja ärgerlich Aber das erklärt Warum wir auch immer Keine Keinen Wohnraum mehr hatten Aber ist ja trotzdem Okay Das war ein neues Bauen So Dann Müssen wir auf jeden Fall Hier einen neuen Müllplatz bauen Achso Nicht so nah ran Stimmt Da war ja was Ne Das ist falsch Das werden wir aber auch Noch bauen müssen So Einmal hier hin So Und dann wollen wir Jetzt hier auch Ressourcen abbauen Fällen wir hier mal Alle Bäume Warum Achso Weil voll Okay Ich wollte schon sagen Was ist denn da los Boah Was nervig hier mit den Ratten Äh Äh Hier So Dann brauchen wir einmal Ein bisschen mehr Brennholz Weil wir haben schon Winter Oder besser gesagt Wir starten gerade In den Winter Aber wir haben Keinen Brennholz auf Lager Das ist nicht gut So Dann bauen wir hier Zwei von Und machen auf jeden Fall Die Priorisierung Auf die beiden Und das hier schnellstmöglich Hinzubekommen Können wir hier Erhöhen wir mal auf 40 Funktioniert das Ja Mal sogar auf 50 Erhöhen Ja 50 kriegen wir nicht Gut dann machen wir bei 45 Und dann bleiben wir bei 45 Dann bleiben wir bei 45 Haben wir jetzt endlich hier drin Unser Gold Ne haben wir ja nicht Wo ist denn das So hier haben wir noch Hier ist es zwar auch noch an Aber hier ist kein Nisch drin Wo haben wir noch so eine Lager Hier das Lager Hier haben wir es schon rausgenommen Okay Wo kann es sonst noch sein Hier Hier haben wir es schon rausgenommen Da ist es draußen Da ist es draußen Da drin ist es nicht Wie hinten noch ein Lager Ist denn hier schon wieder das Problem Arbeitskräfte Arbeitskräfte So So Warum geht das hier nicht Stand 3 Verstehe ich auch nicht So Hier Der kann sammeln Sehr gut Klasse eingetroffen Ich muss sagen Das Spiel ist auf jeden Fall Deutlich schwerer geworden Deutlich schwerer geworden So hier ist Eisen Ja Eisen Können wir ein bisschen verkaufen Da haben wir genug von Ansonsten Kaufen tun wir nichts Soll nur bitte alles In unsere Schatzkammer Gebracht werden Und jetzt müssen wir nochmal Auf die Suche gehen Wo unser restliches Geld ist Hier ist es nicht Hier ist es nicht So Dann hier einmal Produktivität zu erhöhen Ich verstehe es nicht Hm So Hier wird jetzt langsam Der Müll eingesammelt So Ratten fangen Müll einsammeln Das können wir hier ruhig auch nochmal bauen So Nächster Händler ist eingetroffen Sind es hier an Kleidung und so viel Ne Das brauchen wir alles nicht Ja Das bräuchten wir hier eigentlich Aber Das machen wir nicht Tja Was machen wir jetzt Also das Müllproblem Sollten wir jetzt eigentlich So nach und nach Wieder in den Griff bekommen Wir haben zwei neue Die sich darum kümmern Wir haben genug Holz Da müssen wir aber trotzdem mal gucken Dass wir Bald hier so ein Arbeitscamp bauen Da bin ich mir bloß noch nicht so sicher Wo wir das bauen Weil das hier hier drüben Relativ gut aussieht Oder hier unten Hier ist noch ein großer Wald Dann brauchen wir das mal hier hin So Gut Ähm Gießerei Ne was ist das hier Doch Gießerei Wieso steht denn hier ne Gießerei Ach ne Gerberei Ach ne Gerberei Wieso steht denn hier ne Gießerei Bin ich blöd So Gut Neuer Händler ist eingetroffen Hier ist erstmal voll Das machen wir direkt weg Können wir dir mal was verkaufen Hier muss doch auch mal einer Also langsam mal wieder Ne Auch alle Sachen Die nicht so wichtig sind Tja so langsam kriegen wir hier echt Probleme Muss man sagen So hier können wir noch ein bisschen Stein abbauen Aber zumindest unser Gold wächst Steht zwar gerade wieder Minus Jetzt steht wieder Plus Also Problem ist Ratten Auf jeden Fall Ratten ist ein ganz großes Problem Hier in der Mitte fehlt auch wieder komplett die Zornung Wo sind denn die schon wieder hin Wieso sind denn hier zwei Kreise So Hier was ist das Marktplatz Den können wir wieder aufbauen Und das nächste Problem Ist auf jeden Fall Momentan Müll Aber da werden wir jetzt mal die Wege hier drinnen weiter verbessern Und das erhöht ja die Reisegeschwindigkeiten der Leute So Händler ist weg Großer Park Ne der passt nicht hin So hier können wir wieder Machen wir das wieder so Gucken wir mal Hoffen wir mal Dass das jetzt hier besser wird So langsam nimmt doch das Ganze Ihr Gestalt an Und mir fällt gerade auf Dass es hier wieder doof war Die Mauer Direkt ranzubauen Gebäude Rückbau Ja ich bin mir sicher Und hier bin ich mir genauso sicher Und Ich dachte eigentlich dass ich das Tor habe Aber habe ich natürlich nicht gehabt Weil hier bin ich mir sicher Und dann setzen wir das hier nochmal eins weg Damit wir dann hier noch Einen Wachtturm hinsetzen können Aber wir bauen kein Holz Wir bauen Stein So So dann können wir hier nämlich schon mal Türme wieder hinsetzen Weil hier so langsamer vorankommen Stein brauchen wir gerade auch Da müssen wir mal gucken wo wir mal ein bisschen Stein noch finden Aber da können wir das können auch einfach so lösen Aber da können wir das können auch einfach so lösen Indem wir einfach sagen wir brauchen nur Steine Also bitte nur Steine markieren Und das hier entsprechend dann abbauen Ah hier unten sind große Steine gewesen Sehr schön Das können wir hier unten auch gleich noch So 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 Und jetzt haben wir zumindest das Rattenproblem fast gelöst Aber das Müllproblem Das scheint sich jetzt in Luft aufgelöst zu haben Das ist auch schon mal sehr wichtig Der erste Fortschritt Das sollte dann auch Ich meine das eine Problem geht glaube ich mit dem anderen auch einher Also von daher ist das alles Passt das Und so langsam kriegen wir auch unsere Felder hier versorgt Und von der Fruchtbarkeit hoch Hier unten ist es bestimmt auch noch Genau So So setzen wir da direkt hin Brennholz haben wir genug Das passt alles Ratten werden gefangen Was sagt das hier? 7000 Schuhe Ich fass es nicht Haben wir ein bisschen Ja So Wie sieht es denn hier aus? Hatten wir nicht hier irgendwo den Schuster? Gerberei Schuster hier 20 Stück produzieren wir Naja ist doch schön Das reicht nicht Schuster Bauen wir mal 2 So Genau Die machen hier Wie viel? 348 sind das Die machen 400 Naja gut Scheint jetzt nicht so wirklich einen Unterschied zu machen Hier wegen 3 und 2 Fallen Okay Du hast kein Eisen mehr Das heißt Ihr könnt hier weg Und das heißt wir müssen hier unten die Eisenmine wieder ausbauen Hier Ne das ist Kohle Jetzt machen wir Eisen Wir werden hier auch mal eine temporäre Unterkunft bauen Keine Ahnung ob das Sinn macht Hinten Brunnen bauen wir hier hinten auch hin Und für die die Wege Achso He he Naja gut hier hinten brauchen wir ja nicht viel Wasser Hier hinten brauchen wir ja nicht viel Wasser Dann passt das So Steuereinnahmen Wie sehen die aus? 3400 Naja passt doch Es wird zu langsam Langsam aber sicher Erhöhte Wartungskosten Ja das Stadtzentrum Stufe 4 brauchen wir Das Stadtzentrum Stufe 4 kriegen wir aber nur Wenn wir hier noch ein bisschen anfangen Mit Geld sparen Aber Ich würde sagen wir versuchen das in der nächsten Folge anzupeilen Dass wir Stadtzentrum Stufe 4 bauen Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen Wenn euch die Folge gefallen hat Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da Würde mich sehr sehr freuen Ansonsten Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss